Also, hi Leute, ich bin's, euer Mr. Slendy Gamer. Ich spiel jetzt das, was ich noch nie gespielt hab. Und zwar ist es Slender 7th Reads. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich hab gehört, es ist eine sehr, sehr kleine Map. Und es ist nicht allzu schwer, hier was zu finden. Aber, werden wir ja sehen. Da ist schon eine Seite, wenn ich das richtig sehe. Jo, da ist die erste. Das heißt, es geht gleich los. Palastro. Ja, das ist gut. Ich erinnere mich an das Gedicht. Bigger than the tallest brute. Ich bin jetzt einer. Ich würde mich immer gerne umdrehen, aber... Das ist... Glaube ich nicht so gut. Mein Freund neben dir, mir, der sch... Neben dir. Mein Freund, äh, der Freund neben mir, äh, der schwindet das Gleiche. Und ich sehe, bei ihm funktioniert das etwas besser. Da geht es etwas schneller. Ja, das habe ich schon so das Gefühl. Wir sind gerade genau an der gleichen Stelle. Ah, ich sehe, wie kann auch mal aufhören, diese Mucke. Können die nicht sowas wie Tetris Musik hier einbauen? Die ich habi Jetzt gerade so ein bisschen zwei Seiten haben wir und da sieht unsere dritte also Also, ich merke, da geht es auf jeden Fall relativ zügig. Das heißt, es ist wahrscheinlich wirklich eine nicht allzu große Map. Aber ich denke, sie reicht, um einem richtig Angst einzujagen. Ich hoffe, das ist kein Dead End. Nee, sag es weiter. Ich hoffe, die Musik wird jetzt nicht noch schlimmer. Die Gret schon fast ein Kollaps. Nein. Also, wie ich glaube, schon erwähnt, ich drehe mich eigentlich immer gerne um. Aber ich habe von mehreren gehört, das sollte man möglichst nicht tun. Oh, die Mucke kann das mal immer zuseitigen. Aber Leute, ich hoffe gerade ganz ehrlich, ich hoffe einfach, dass mein Computer abstürzt. Weil das wäre wie in den anderen Spielen so ganz unlogischerweise auch einfach vor mir auftaucht. Wenn ich jetzt... Wenn ich ganz ehrlich bin, fände ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich würde einfach vor mir auftauchen und dann ist es vorbei. Brauche ich hier nicht weiter durch. Also, wenn ihr sowas mal ohne Geräusche spielt, dann ist es nicht mal halt so schlimm. Dann ist es fast schon langweilig. Dann kannst du auch in die Tonne klopfen. Ja, ich meine jetzt ganz ehrlich. Es ist geräuschend mindestens doppelt so schlimm. Ah, dieses Knattern da drin. Ja, ich spiele es mit meinem Freund. Das ist vorfällig zeitgleich. Der hat jetzt die sechste Seite. Ich noch nicht. Jetzt gleich aber auch. Ich sehe sie. Oh, oh. Nein, da ist Ende. Ich will die eigentlich nicht holen. Aber ich muss der Sinn des Spiels seinfinden. Und ich glaube, es hat ein bisschen geglaubt, an ihm vorbeizugehen. Ja. Ja. Ich bin gerade happy. Ich finde ja ganz ehrlich, ich finde, die sieht ja irgendwie bescheuert aus. Sieht so aus, dass ich in der Flügel oder so. Aber so gehört, das soll für den Tag ein sein. Vielleicht auch sieht so ein bisschen wie so, keine Ahnung, so ein Barbie-Film oder so was. Willst du mit mir spielen? Und mein Freund ist gerade abgekackt. Das heißt, ich bin richtig happy, wenn ich hinten noch die seite, wenigstens die seite finde. Aber mit sechs Seiten bin ich auch nicht so gewesen. Mega, den tollen Brüche. Ich kann nur laufen, aber das mag ich manchmal lieber nicht. Ich habe mich schneller, habe ich gehört. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nein, bin ich nicht. Ich will trotzdem hier raus. Hält man so ein Handy, dabei kann man einen Pizza-Service holen. So macht sich das Ganze viel gemüglicher. Dann ist es vorbei, dann ist es geschafft. Ich finde nichts mehr. So, oi. Meine siebte. So, ist okay. Das kommt aber früh. Was war das? Leute, sorry, aber das war's. Also, wäre cool, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, wenn es einer geschafft hat oder wenn einer alle acht Seiten hat, ob man dann noch irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie zum Ausgang oder so. Ich meine, man ist draußen oder irgendwo rein muss. Und überhaupt, wer es schon mal geschafft hat, bitte in die Kommentare. Ähm, ja, dankeschön, war wieder so ein unlogisches Ende. Ich meine, ich habe mich nicht gedreht, auf einmal steht der da. Ähm, bin ich ein bisschen assi, aber ich finde ja alles asozial, also von daher, ja, danke fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Video und der Download-Link ist natürlich selbstverständlich, wie immer, mit dabei. Tschüss.